Wir haben uns in den vergangenen Kapiteln ja vor allem mit der Erstellung von neuen Objekten, von Materialien und von Texturen beschäftigt und jetzt soll es also darum gehen, wie man diese Objekte animiert. Und das einfachste ist dabei sicherlich die Objektanimation und um ein Objekt zu animieren, da muss ich Ihnen gar nicht viel erklären, da reicht es im Grunde, wenn ich hier auf einem bestimmten Zeitpunkt einen Keyframe setze, also ein Schlüsselbild, und Schlüsselbilder in Blender zu setzen ist einfach, da drücken Sie I wie Insert Keyframe oder benutzen einfach hier die Werkzeugleiste, also Insert Keyframe und das öffnet ein Menü und jetzt haben Sie zur Auswahl, was Sie animieren möchten. Und da können Sie im Falle von einem Objekt zum Beispiel die Location, die Rotation oder die Skalierung animieren oder Sie können hier Position und Rotation gleichzeitig animieren oder Location und Scale oder alles drei. Und wir fangen jetzt mal einfach nur an mit Location. Also jetzt habe ich hier bei Frame 1, also hier bei Bild 1, einen Keyframe gesetzt, deswegen ist dieser Cursor hier, dieser Zeitcursor jetzt so gelb hinterlegt. Wenn ich mal mit der Maus hier den Zeitcursor etwas wegbewege, dann sehen Sie hier jetzt einen kleinen gelben Strich und der zeigt an, dass hier für das Objekt Cube auf Frame 1 ein Keyframe ist. Und wenn Sie einen Keyframe gesetzt haben, dann erscheint auch hier unten im 3D Viewport das Objekt bzw. der Objektname so orange hinterlegt. Und da wissen Sie jetzt also, dass auf Frame 1 ein Keyframe ist. So und das heißt, dass Sie jetzt für eine Animation nichts weiter zu tun brauchen, als die Zeit zu bewegen. Und jetzt gehen wir mal hier zu Frame 40 und jetzt bewege ich diesen Würfel einfach nur entlang der Y-Achse und setze jetzt einen neuen Keyframe, also Insert Keyframe für die Location. Und auch hier sehen wir jetzt wieder, dass es orange hinterlegt und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann spielt der jetzt von Frame 40 ab, das will ich jetzt aber nicht. Und wenn ich jetzt mal wieder zurück zu Bild 1 gehe, also hier wird angezeigt, auf welchem Frame sie sich gerade befinden und das setze ich jetzt wieder auf Frame 1. Wenn ich jetzt hier also auf Play drücke, dann wird diese Animation abgespielt und Sie sehen, wie sich dieses Objekt bewegt. Die Länge der Animation ist im Blender standardmäßig auf 250 Frames eingestellt. Also es gibt einen Startframe und einen Endframe, also erstes Bild und letztes Bild. Und wenn ich das jetzt mal abspiele und mal ein bisschen warte, dann sobald hier der Zeitcursor bzw. der aktuelle Frame das Bild 250 erreicht, dann springt die Animation wieder auf Bild 1 zurück und spielt von da ab. Und diese Zeit, das sind so circa 10 Sekunden, sogar ein bisschen länger. Und zwar deswegen, weil hier in den Szeneneinstellungen eine ganz bestimmte Framerate eingestellt ist. Und die Framerate bedeutet, dass in einer Sekunde eine bestimmte Anzahl von Bildern abgespielt wird. Und das stellt man hier in diesem Dimensions Panel ein. Also hier gibt es einmal diese Einstellung für die Framerange, also für die Framerange, also dafür, wie lange die Animation ist. Also Startframe 1, Endframe 250. Das ist also genau das gleiche wie hier. Und dann gibt es noch die Framerate, also die Bildrate. Und im Moment sind das 24 Bilder pro Sekunde. Und das entspricht ziemlich genau der Kinoeinstellung. Also im Kino werden auch Filme mit 24 Frames pro Sekunde abgespielt. Im Fernsehen wäre die Framerate etwas schneller. Das sind dann 25 Bilder pro Sekunde. Das wäre also so das Typische. Und mit 25 Bildern pro Sekunde wären das ja jetzt exakt 10 Sekunden. Denn wenn Startframe 1 ist und Endframe 250, dann ist es also 250 geteilt durch 25. Und das sind dann 10 Sekunden. So, um jetzt diese Animation zu erweitern, könnten Sie zum Beispiel bei Frame 100 eine neue Aktion ausführen. Also zum Beispiel drehe ich den Würfel jetzt und setze einen Keyframe. Also I. Insert Keyframe für die Rotation. Und würde jetzt ja erwarten, dass wenn ich das abspiele, dass ich zwischen Frame 40 und Frame 100 eine Animation habe, die auch aus Rotation besteht. Also gehe ich nochmal zu Frame 1 und spiele das ab. Aber Sie sehen schon, dass jetzt schon hier dieser Würfel so rotiert ist. Und das liegt eben genau daran, dass Sie hier nur einen Keyframe gesetzt haben für die Rotation. Aber diese Rotation nicht auf Frame 40 und auch nicht auf Frame 1 gekieht haben. Also hier haben wir nur einen Keyframe gesetzt für die Position. Und deswegen wäre es eigentlich ganz praktisch, wenn man statt nur die Location zu keyen, wenn man gleich Location und Rotation keyt. Denn das sind so die beiden meist gebräuchlichen Bewegungen bzw. Rotationsarten bei der Animation. Man kann natürlich auch noch die Skalierung mit animieren, aber in der Regel ist die Skalierung keine so häufige Eigenschaft, die animiert wird. Also jetzt gehe ich mal auf Frame 1 und sage Keyframe für die Location und die Rotation. Nichts hat sich verändert, aber wenn ich jetzt auf Frame 40, nicht nur die Position, die lasse ich jetzt einfach so, aber wenn ich jetzt noch die Rotation ändere mit R und jetzt nochmal diesen Keyframe überschreibe mit I, Insert Keyframe, für die Location und die Rotation, dann, wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann sehen Sie, dass sich dazwischen jetzt etwas tut. Also hier haben wir jetzt eine Animation und zwischen Frame 40 und Frame 100 ändert sich ja nicht mehr die Position, deswegen hat sich hier nur dieser Würfel gedreht. Wenn ich jetzt hier bei Frame 100 nochmal den Würfel woanders hin bewege, hier hin zum Beispiel, dann kann ich auch hier einen neuen Keyframe setzen für die Location und die Rotation und hätte damit jetzt also eine durchgehende Animation, wo sich sowohl die Rotation als auch die Position verändert. So, vielleicht haben Sie gerade gesehen, dass ich, als ich diesen Würfel bewegt hatte, hier auf Frame 100, da war die Bewegung, die ich ausgeführt hatte, war erstmal entlang der Y-Achse, hier rüber und dann entlang der X-Achse. Ich gehe nochmal zu Frame 40 und zeige Ihnen, was ich gemacht hatte. Also ich hatte hier den Würfel genommen und erst hier rüber bewegt und dann nach hier und die Animation, die dann daraus entstanden ist, ist jetzt aber eine Gerade. Also da ist jetzt keine Ecke dazwischen. Und das ist also ganz typisch, zwischen zwei Keyframes wird immer der kürzeste Weg genommen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich hier diesen Würfel entlang der Y-Achse und erst dann entlang der X-Achse bewegen will, dann bräuchte ich einen neuen Keyframe. Denn jetzt wird ja einfach diese Position genommen, dann danach diese Position und das, was dazwischen liegt, das wird einfach interpoliert. So, dass wenn ich jetzt zu Frame 80 gehe, dann könnte ich jetzt sagen, also hier befindet sich der Würfel da, setze ich einen neuen Keyframe, Y, Insert Keyframe und in dem Fall ist mir die Rotation egal. Ich möchte nur, dass sich der Würfel erst hier hin bewegt. Deswegen keehe ich jetzt hier nur die Location. Und was dabei entsteht, wenn man das abspielt, das können Sie leicht sehen. Also der Würfel bewegt sich erst hier rüber und dreht sich aber währenddessen. Das ist natürlich jetzt nur eine sehr, sehr einfache Animation. Aber wenn Sie jetzt hier das Timing ändern wollen oder zum Beispiel genau wissen wollen, wo ist denn ein Keyframe für die Rotation, wo ist ein Keyframe für die Position, dann hilft Ihnen da in dem Fall die Timeline nicht viel weiter. Also hier können Sie weder diese gelben Striche mit der rechten Maustaste auswählen, das geht also nicht, und Sie können sie auch nicht verschieben und Sie sehen auch nicht genau, welcher Kanal gekiet worden ist. Nun, um das rauszufinden, dafür können Sie zum Beispiel auch hier das Properties Panel verwenden, denn hier sehen Sie jetzt die Location und Rotation, die haben hier beide eine grüne Hintergrundfarbe bekommen. Und das liegt daran, dass im Blender jeder Kanal und jede Eigenschaft, die irgendwo einen Keyframe hat, die wird als animiert erkannt und wird damit grün hinterlegt. Und wenn ich mal mit der Maus hier direkt auf Frame 80 gehe, dann sehen Sie, dass hier die Location jetzt gelb hinterlegt ist. Also überall da, wo ein bestimmter Kanal eine bestimmte Eigenschaft einen Keyframe hat, da wird diese Eigenschaft gelb dargestellt. Rotation ist in diesem Fall noch grün, weil die Rotation, die hatte ich hier bei Frame 80 ja nicht gekeyt, hier hatte ich nur einen Keyframe gesetzt für die Position. Sodass, wenn ich jetzt hier zu Frame 100 gehe, da sehen Sie jetzt, dass beide Kanäle gelb hinterlegt sind. Und wenn ich das jetzt abspiele von Frame 1, indem ich hier auf Play drücke, dann sehen Sie auch, wie sich hier die Zahlen verändern, und zwar je nachdem, bei welchem Keyframe ich bin. Sie können die Keyframes auch wieder löschen, und zwar indem Sie mit der Maus über den entsprechenden Kanal gehen und jetzt rechte Maustaste drücken und jetzt sagen entweder Delete Keyframes oder Delete Single Keyframe. Du kannst nochmal den Unterschied ausprobieren. Also wenn ich hier jetzt einfach Delete Single Keyframe auswähle, dann wird nur der Keyframe von der X-Achse gelöscht, weil ich die Maus hier drüber hatte. Und wenn ich die rechte Maustaste drücke und sage Delete Keyframes, dann werden alle Location Keyframes gelöscht. Die Rotation Keyframes sind davon nicht betroffen. Also auch hier könnte ich jetzt sagen, rechte Maustaste, Delete Single Keyframe, wird wiederum nur die X-Achse gelöscht, oder die Z-Achse, also je nachdem, wo die Maus drüber ist, oder eben Delete Keyframes, dann werden alle Keyframes für den Rotationschannel gelöscht. Aber ich will jetzt nochmal einen Keyframe setzen, also E-Location und Rotation. Das ist wieder gelb. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Timing verändern können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Keyframes zwischen Frame 40 und 80 näher aneinander bewegen wollen, dann können Sie natürlich entweder die Keyframes hier manuell löschen und dann einen neuen Keyframe setzen. Aber es geht auch sehr viel schneller, und zwar indem man die Keyframes direkt anfasst und verschiebt. Und dafür brauchen Sie einen speziellen Editor. Und da ich die Timeline nicht verlieren will, gehe ich jetzt mal hier hin und mit diesem Dreieck trenne ich jetzt mal den Bildschirm auf. Und hier unten möchte ich jetzt einen neuen Editor aufmachen, nämlich das sogenannte Dope Sheet. Das Dope Sheet hat als Symbol diese drei kleinen Punkte. Und hier sehen Sie jetzt viele gelbe Punkte. Und ein Punkt, der gelb ist, heißt, er ist ausgewählt. So, warum haben wir jetzt hier so viele Punkte? Das liegt daran, dass im Moment ist das Dope Sheet, ich nenne es mal, ausgeklappt. Also das heißt, wir sehen jetzt für alle Kanäle die Keyframes. Und die Navigation ist hier genauso wie im 3D-Viewport. Also man kann hier die mittlere Maustaste benutzen und hier das Verschieben. Zum Reinen zoomen kann man hier das Mausrad verwenden oder auch Steuerung mittlere Maustaste. Also hier ist die Navigation wieder wie gehabt. Und hier sehen Sie also auch die Frameanzahl, also Frame 0 bis Frame 100. Und können jetzt diese Keyframes mit der rechten Maustaste auswählen. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier alle sehen. Also es gibt einmal Keyframes für die Rotation, Keyframes für die Location. Und dann gibt es noch Keyframes für Cube Action, Cube und Summary. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was für Keyframes wir hier überhaupt sehen. Also wir haben hier einmal Keyframes für die Rotation, für die Location. Und dann gibt es hier noch eine Leiste namens Cube Action und Cube. Und da drüben nochmal die Dope Sheet Summary. Und das ist ganz praktisch, wenn man viele Objekte hat, die animiert sind. Dann kann man sich diese Objekte hier alle anzeigen lassen. In unserem Fall ist es ein bisschen viel, was wir hier sehen. Und diese einzelnen Kanäle, die kann ich einklappen. Also ich kann hier mit diesem Pfeiltasten zum Beispiel Cube Action einklappen. Ich kann Cube einklappen und ich kann die Dope Sheet Summary einklappen. Und das ist jetzt die übersichtlichste Art der Darstellung. Und hier kann ich jetzt mal reinzoomen und hier diese Keyframes verschieben. Einfach mit der rechten Maustaste klicken, gedrückt halten und ziehen. Oder einfach mit der rechten Maustaste auswählen. G drücken, G wie Grab. Und dann hier können Sie genauso wie im 3D-Viewport diesen Keyframe verschieben. So, was hat das jetzt mit der Summary auf sich? Und das ist ganz praktisch, wenn Sie mehrere animierte Objekte haben. Also angenommen, ich wähle jetzt mal die Lampe aus und setze hier einen Keyframe. Location und Rotation. Dann gehe ich mal zu Frame 20. und bewege die Lampe hier rüber, setze wieder einen Keyframe. Weil in diesem Fall die Rotation eigentlich Quatsch ist, weil es ist eine Punktlampe, aber egal. Also wir haben jetzt hier einen Keyframe bei Frame 20 und bei Frame 1. Sodass sich hier jetzt sowohl Lampe als auch Würfel bewegen. Und wenn die Summary eingeklappt ist, dann gibt es hier jetzt also wieder keine Möglichkeit herauszufinden, welcher Keyframe gehört zu welchem Objekt. Und wenn ich jetzt die Summary aufklappe, dann sehen Sie jetzt wieder die Kanäle für Cube und für Lamp. Und jetzt kann ich hier die Keyframes für die Lampe einzeln auswählen. Wiederum mit der rechten Maustaste. Und dann verschieben. Und Sie sehen, dass hier, wenn ich den Keyframe für die Lampe verschiebe, dann wird der, ich nenne es mal der Zusammenfassungs-Keyframe, also der hier oben in der Summary angezeigt wird, also der bewegt sich dann natürlich mit. Denn diese Summary ist ja nur eine, nochmal eine weitere Repräsentation von diesem Keyframe, der hier in diesem Kanal auftaucht. Also wenn ich das einklappe, dann sehe ich den hier immer noch. Und deswegen sieht es jetzt so aus, als hätte ich diesen Keyframe jetzt doppelt. Und das gleiche Prinzip kommt eben auch zum Tragen, wenn ich hier Cube mal ausklappe. und auch die Cube-Action. Dann sehe ich hier wieder Location und Rotation, sodass wenn ich Cube zusammenklappe, dann kann ich hier sowohl Rotation als auch Location verschieben. Und wenn ich das aber voneinander trennen will, dann kann ich Cube wieder ausklappen. Also kann ich jetzt hier auswählen, einen Keyframe für die Location und kann den jetzt hier auch bewegen. Und in dem Fall bewegen sich alle vier, denn es ist wieder nur die Zusammenfassung, also Cube-Action ist die nächste höhere Ebene, darüber ist Cube und dann wieder die Summary. Deswegen bewegen sich jetzt hier vier Keyframes. Und auf diesem Frame, da hatte ich gar kein Keyframe für die Location gesetzt. Das wäre aber hier der Fall, sodass wenn ich jetzt hier wiederum hingehe und diesen einen Keyframe für die Location auswähle und mit G bewege, dann trennt sich das jetzt hier auf. Wiederum sieht man hier die drei darüber liegenden Keyframes. Und die haben wir jetzt aber auch hier bei der Rotation. Denn auch die Rotation, die gehört natürlich zu der Cube-Action, zu dem Cube, zu der Summary. Also so kann man hier mit diesen einzelnen Kanälen arbeiten und auch diese Kanäle kann man aufklappen und dann nochmal für die XYZ-Achse die Keyframes auch einzeln verschieben. Also man hat hier wirklich eine sehr kleinteilige Kontrolle darüber, was hier bearbeitet wird und kann das aber auch, wenn einem das zu unübersichtlich wird, kann man das aber auch wieder zusammenklappen alles und dann das Timing insgesamt bearbeiten. Ich will das jetzt schneller machen, und deswegen müsste ich die Keyframes näher zusammenbringen. Und näher zusammenbringen, das würde bedeuten, man skaliert das. Und deswegen, und das kann man sich gut merken, ist auch hier der Keyframe wiederum S. Also S wie skalieren. Und jetzt skaliere ich diese Keyframes und bringe die also so viel näher zusammen. Und Sie sehen, dass diese Skalierung ausgeht von dem Zeitcursor. Ist also eigentlich vergleichbar mit dem 3D-Cursor, wenn ich hier den Pivot-Modus auf 3D-Cursor setze und jetzt skaliere, auch dann skaliert sich jetzt ja diese Lampe zu dem 3D-Cursor hin. Und genauso funktioniert das auch in diesem Dope-Sheet-Editor. Das heißt, wenn ich hier den Zeitcursor nach links bringe und S drücke, dann wird jetzt in diese Richtung skaliert. Und jetzt kann ich das also alles etwas schneller ablaufen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt die Animation hier starte und dafür verwende ich jetzt mal den Shortcut Alt-A, dann ist das Ganze jetzt also sehr, sehr fix. Natürlich kann man das auch wieder verlangsamen, indem ich nochmal S drücke und das skaliere. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal Alt-A drücke, dann ist das natürlich jetzt eine sehr, sehr langsame Animation. Und so kann man also mit diesem Dope-Sheet hier das Timing verändern, und zwar sowohl für alles gleichzeitig oder man klappt das aus und kann jetzt die einzelnen Kanäle bearbeiten. Nun, was hat das jetzt mit dieser Action auf sich? Nun, diese Cube-Action, das folgt wieder dem User-Prinzip von Blender. Das heißt also, die Animation, die ist nicht direkt an dem Würfel dran, sozusagen, sondern der Würfel verwendet eine Aktion, eine Action, und diese Cube-Action, die verwendet dann wieder bestimmte Animationskurven. Das sehen Sie auch hier oben, also dieser Würfel, der hat jetzt hier diesen Pfeil, dann sehen Sie, der ist jetzt bewegt, der ist animiert. Und jetzt sehen Sie hier also, das gibt nicht nur die Object-Data, sondern als Extrapunkt gibt es hier noch die Animation-Data. Wenn ich hier mal reingehe, dann gibt es hier also diese Cube-Action und in dieser Cube-Action, da liegen die Animationen drin. Und diese Action, die kann man sich auch mal anschauen. Also hier kann ich mir diese Action gesondert angucken. Und zwar, wenn ich die Ansicht im Dope-Sheet ändere, von Dope-Sheet auf Action-Editor. Und dieser Action-Editor, der zeigt mir jetzt ausschließlich die Aktion, also die Animation von diesem Würfel an. Also es gibt zwar noch hier diese Summary, aber diese Summary, die zeigt mir jetzt eben nur noch die Zusammenfassung an von sämtlichen Keyframes, die hier von dieser Action verwendet wird. Sodass, wenn ich das jetzt einklappe, dann kann ich wieder alles hier an Animationen bewegen. Man kann diese Zusammenfassung auch ausschalten mit diesem Button hier, also Summary. Und jetzt gibt es hier nur noch die Kanäle für Rotation und Location und kann das jetzt wiederum einzeln hier bearbeiten. So, und der Unterschied zu diesem Dope-Sheet-Editor ist jetzt also nicht nur, dass hier ausschließlich die Animation von dem Würfel angezeigt wird, sondern dass eben auch der Link zu den Animationsdaten, zu der Action hier angezeigt wird. Sodass ich hier also auch diesen Link verändern könnte. Also kann ich jetzt hier, während der Würfel ausgewählt ist, kann ich den Link ändern von der Cube-Action zu der Lamp-Action. Und wenn ich jetzt mal auf Alt-A drücke für Animation, dann müsste eigentlich der Würfel jetzt woanders hinspringen. Und tatsächlich, jetzt springt er nach da oben, dahin, wo die Lampe auch ist, und führt jetzt das Gleiche aus, was die Lampe auch tut. Denn, jetzt sehen wir ja, die Lamp-Action hat zwei User. Zwei Objekte verwenden diese Aktion. Und wenn ich mal in den Wireframe-Modus gehe, dann sehen wir jetzt also, Würfel und Lampe bewegen sich hier synchron. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf eine der ersten Lektionen hinweisen. Also hier in der OpticData, da wissen wir ja, gab es die Delta-Transform. Sodass wir jetzt hier, wenn zwei Objekte die gleiche Aktion, die gleiche Animation verwenden, können wir jetzt trotzdem hier noch eine separate Rotation und eine separate Position vergeben, indem wir die Delta-Transform-Eigenschaften verwenden. Also hier kann ich jetzt dem Würfel sagen, dass er einen Offset hat von dieser Lampe, dass er auch eine andere Rotation hat. Und wenn ich jetzt nochmal Alt-A klicke, dann ist zwar die Bewegung an sich gleich, aber eben mit diesem Offset. Also dafür kann man dieses Delta-Transform verwenden. Und das stelle ich jetzt mal zurück auf 0. So, also jetzt sind wieder Würfel und Lampe synchron. Und nun kann man aber auch die Lampe auswählen und der Lampe wiederum eine andere Action zuweisen. Also jetzt wähle ich wieder die Lampe aus und gehe jetzt hier hin und wähle aus Cube Action. Sie sehen ja auch im Moment ist für der Cube Action eine 0, weil im Moment gibt es keinen User für diese Action. So, und jetzt haben wir das Ganze umgekehrt. Also die Lampe bewegt sich und der Würfel bewegt sich hier oben. Jetzt mache ich das mal wieder rückgängig. Also so kann man hier mit dem Action-Editor einstellen, welches Objekt welche Animationsdaten verwendet. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen Würfel dupliziert mit Shift-D, das kennen wir ja schon, dann verwendet dieses Duplikat von diesem Würfel auch die gleiche Animation. Diesen Graph Editor, den kann man öffnen hier, indem man den Editor wechselt von Dope Sheet zu Graph Editor. Und Sie sehen jetzt hier also die einzelnen Animationskurven. Natürlich kann man auch hier wieder mit dem Mausrad rein- und rauszoomen, beziehungsweise mit der mittleren Maustaste hier den Ausschnitt bewegen. Und ich zoome jetzt mal etwas raus und sehe hier diese Kurven. Aber vielleicht schauen wir erstmal hier nach links. Hier sehen Sie jetzt ja das Objekt cube.001 und sehen auch die Aktion, die dieses Objekt cube.001 verwendet. Und Teil dieser Cube Action sind eben diese Kurven. Und ich möchte mir jetzt mal diesen Viewport extra teilen, damit ich nicht nur meinen Graph Editor habe, sondern gleichzeitig noch das Dope Sheet. So, das brauche ich jetzt mal nicht zu sehen, deswegen klappe ich das komplett ein. Und hier in diesem Dope Sheet wechsle ich mal zu dem Action Editor und sehe jetzt also hier die Cube Action.003. Also haben wir jetzt einmal die Action im Action Editor mit den einzelnen Keyframes. Und diese Keyframes, die kann ich jetzt hier bewegen. und Sie sehen, dass sich jetzt hier genauso diese Kurven auch bewegen. Ich zoome hier nochmal etwas raus, sodass ich jetzt, wenn ich diesen Keyframe auswähle und bewege, dann verschieben sich auch die dazugehörigen Kurven. Und so kann man also in beiden Editoren diese Animation bearbeiten. Und zwar mit der Action oder mit dem Dope Sheet. Am besten, indem man die Keyframes einfach in der Zeit verschiebt. Doch hier kann ich jetzt eben auch die Keyframes auswählen und dann mit G hier auch so bewegen, dass ich den Wert ändere. Schauen wir uns mal den Graph Editor in groß an, also Umschalt-Leertaste. Und ich zoome mal etwas raus und drücke jetzt A, um hier alles auszuwählen. Und das sind jetzt also alle Kurven. Und ich klappe das mal aus. Und jetzt haben wir hier also die einzelnen Kurven für die X-, Y- und Z-Location farblich auch markiert. Und wir sehen auch die Daten für die Rotation. Und da das jetzt schon relativ unübersichtlich ist, möchte ich mal die Rotation ausschalten. Das kann man machen, indem man hier auf dieses Auge klickt. Und jetzt werden die also nicht mehr angezeigt. Und das sind jetzt also nur noch diese Kurven für die Location. Und zwar einmal kann ich hier auch draufklicken mit der linken Maustaste. Einmal die Z-Location wird hier jetzt so gehighlighted, die Y-Location und die X-Location. Und diese Daten kann ich jetzt bearbeiten, indem ich hier auf diesen Kurvenpunkt draufklicke mit der rechten Maustaste und ihn dann bewege mit G. So, und wenn ich ihn jetzt hier so bewege, dann würde ich ihn nach oben, würde ich den Wert ändern und hier entlang der X-Achse auf der Zeitachse verschieben. Also das folgt natürlich hier diesem Zeitstrahl von links nach rechts. Und wenn ich alle X-Werte verschieben will, dann wähle ich einmal einen Punkt aus auf der X-Achse und drücke jetzt L. Also ähnlich wie im Viewport kann ich hier durch drücken diese Taste L alles das, was mit diesem Punkt verlinkt ist, auswählen. Also das wäre dann die gesamte Kurve und kann die jetzt hier verschieben. Und jetzt gehe ich mal wieder aus der Fullscreen-Ansicht raus mit Shift-Leertaste und bewege jetzt mal diese Punkte entlang der Y-Achse nach oben. Drücke jetzt also GY und Sie sehen jetzt, wie ich damit einen Offset vergebe, denn alle Werte, die hier animiert sind, die werden jetzt gleichzeitig simultan nach unten bewegt, sodass sich jetzt hier dieser Würfel entlang der negativen X-Achse verschiebt. Also das mag jetzt verwirrend sein. Ich bewege ja hier die Kurve entlang der Y-Achse und der Würfel bewegt sich entlang der X-Achse und das liegt aber einfach daran, hier ist die X-Achse ist die Zeit und die Y-Achse ist hier der Wert. Also GX würde jetzt diese Keyframes entlang der Zeit verschieben. Können Sie auch hier beobachten, wie ich jetzt hier das Timing von der Animation für die Location für die X-Achse verschiebe. rechte Maustaste um das abzubrechen und wenn ich jetzt mit GY diese ganzen Punkte bewege, dann verschiebe ich eben diesen Wert entlang der Y-Achse beziehungsweise verschiebe den Wert der X-Achse von dem Objekt. So, wenn ich das Ganze auch für die Y-Achse tun will, also den Würfel nach hier verschieben, dann wähle ich mir einen Punkt aus von der Y-Achse, also kann erst mal hier mit der linken Maustaste die Y-Achse highlighten und kann jetzt hier mit der rechten Maustaste diesen Punkt auswählen und dann L drücken, damit nicht nur dieser eine Punkt bewegt wird, sondern alle dazugehörigen Punkte der Y-Achse, also L und kann jetzt mit GY auch hier wieder einen Offset vergeben. Jetzt kann man hier nicht nur diese Punkte verschieben, sondern man kann auch die Art ändern, wie zwischen den Keyframes interpoliert wird und dafür bleiben wir jetzt mal bei der Y-Achse. Sie sehen ja, dass diese Kurve so rund ist, also wenn ich jetzt also hier in der Zeit nach vorne gehe, dann verändern sich die Werte auf der Y-Achse sehr langsam und dann immer schneller und dann, wenn die hier an diese Rundung kommen, dann werden diese Werte graduell kleiner, sodass ich jetzt hier also einen sehr weichen Übergang habe. Und damit wir das besser sehen können, möchte ich jetzt mal den Einfluss von der X- und Z-Achse ausschalten. Deswegen einmal klicke ich hier auf das Auge, damit wir diese Achsen hier nicht sehen und damit wir auch den Einfluss von diesen Achsen nicht sehen, mute ich die. Also to mute, stumm schalten, deswegen gibt es hier dieses kleine Lautsprechersymbol, also damit kann ich den Einfluss von diesen Animationskurven auf Null setzen, sodass jetzt also die Kurve zwar noch da ist, aber keinen Effekt mehr hat. Also hier ist der Schall, diese Schallwellen sind jetzt hier weg, das heißt, die X-Location-Kurve hat keinen Einfluss mehr, das gleiche also für die Z-Achse, sodass jetzt, wenn ich hier die Zeit bewege, der Würfel sich ausschließlich auf der Y-Achse bewegt. So, diesen anderen Würfel möchte ich jetzt mal verstecken mit H, wähle jetzt wieder diesen Würfel aus und damit das jetzt nicht so verwirrend ist, gehe ich mal wieder von dem 3D-Cursor-Pivoting in das normale Median-Point-Pivoting und will jetzt mal die Art der Kurve ändern. Diese Kurve, die hat hier unten Einstellungen, nämlich einmal für den Channel, also welchen Kanal man sieht, ob er sichtbar ist oder nicht, also im Grunde das, was wir jetzt hier gemacht haben. Dann gibt es hier die Einstellungen für die Keyframes. Und hier kann ich jetzt eine Sache ändern, nämlich den Interpolation-Mode und zwar gibt es da die drei Optionen Konstant, Linear und Bézier. Und im Moment sind wir halt in diesem Bézier-Modus, das heißt, die Bézier-Kurven, das sind immer diese Kurven mit diesen Handles, mit diesen ja, wie so Stricknadeln, mit diesen Anfassern, die man auch separat bewegen kann, um den Kurvenverlauf zu ändern. Und ich drücke jetzt nochmal L, um alles auszuwählen. Jetzt kann ich hier bei Key nochmal den Interpolation-Mode ändern, von Bézier auf Linear. Und Linear, Sie sehen, was passiert, das ist einfach eine Linie. Also zwischen diesen beiden Punkten wird direkt Linear interpoliert, sodass ich jetzt, wenn ich das abspiele, eine Animation habe, in der dieser Würfel jetzt sehr abrupt auf einmal die Bewegung ändert. Und dadurch, wie man hier diesen Übergang zwischen diesen einzelnen Animationskurven einstellt, kann man auch die Art der Bewegung natürlich kontrollieren. Das heißt, wenn jetzt der Würfel hier so abrupt starten soll, dann kann ich diesen Punkt auf Linear stellen. Dann kann ich aber auch diesen Punkt auswählen und mit Key, Interpolation-Mode, Bézier diesen Punkt in eine Bézier-Kurve verwandeln, sodass jetzt der Würfel hier relativ abrupt die Richtung ändert, aber dann nicht so schnell wieder sich zurück bewegt, sondern sehr langsam. Und dieses Verharren auf einer Position, das kann ich auch noch etwas betonen, indem ich hier diesen Kurvenanfasser nehme, mit der rechten Maustaste und dann mit Gx hier entlang der x-Achse bewege und vielleicht auch etwas nach oben und jetzt sehen wir, dass hier eine Form entsteht, wo das hier fast eine Gerade ist. Das heißt, dass ich hier dieser Wert auf der y-Achse nur sehr wenig, nur sehr minimal ändert, haben wir jetzt hier auch kaum Bewegung und ich schalte jetzt auch mal die Rotation aus mit diesem Lautsprechersymbol und zwar für alle drei Kanäle. So, also jetzt ist das ein bisschen deutlicher. Also wir haben jetzt hier diesen abrupten Stopp und dann aber verbleibt dieser Würfel auf dieser Position so lange bis diese Kurve wieder steiler wird und dann wieder zurückbewegt. Der dritte Modus ist der sogenannte Constant Mode und auch den kann ich jetzt mal mit dem Shortcut T einstellen. Also ich wähle erstmal alles aus mit A und drücke jetzt T und kann jetzt auch hier wieder die Interpolation ändern für alle Keyframes und wähle jetzt hier mal Constant und jetzt sehen Sie hier dieses gezackte Muster und hier passiert einfach keine Interpolation. Also das heißt erst da bleibt da so lange bis er zu dem nächsten Keyframe kommt und verändert dann die Position. Und dieser Modus ist natürlich nicht sehr ansehnlich aber ist sehr gut geeignet um die Animation zu überprüfen und um zu schauen wie dieses Objekt an welchem Frame aussieht ohne diese Interpolation dazwischen. Und wenn ich jetzt nochmal die X Location und die Z Location einschalte dann können Sie sehen dass diese Modus Änderung sich nur auf die ausgewählten Punkte ausgewirkt hat sodass also hier das noch schön interpoliert wird und wenn ich jetzt mal diesen Lautsprecher wieder einschalte also diesen Effekt von diesen beiden Kurven noch dazuschalte dann haben wir einmal eine sehr abrupte Positionsänderung für die Y Achse aber bei X und Z Achse da haben wir noch diese sehr weiche Interpolation damit hat man also viele Tools um diese Kurven zu steuern und jetzt vielleicht um das Kapitel von dem Graph Editor noch abzuschließen Sie haben hier noch verschiedene Kontrollen welche Kurven denn angezeigt werden zum Beispiel können Sie hier mit diesem Pfeil auch einschalten dass alle Kurven von allen Objekten gleichzeitig angezeigt werden im Moment sehen wir nur die Animationskurven von Q.001 wenn Sie aber die Animationen für Würfel und Lampe gleichzeitig kontrollieren wollen dann können Sie diesen Pfeil ausschalten könnte man sagen man schaltet den Filter aus und jetzt haben Sie auch die Kurven von der Lampe da tut sich jetzt zwar nicht viel aber wenn ich hier drauf klicke und den Würfel mal ausschalte dann sehen Sie jetzt hier die Kurven von der Lampe und zwar Location und Rotation wiederum und jetzt kann ich Ihnen vielleicht noch eine Sache zeigen nämlich wie Sie wenn Sie alle Kanäle gleichzeitig im Timing verändern wollen und dafür jetzt nicht das Dope Sheet oder den Action Editor verwenden wollen dann können Sie auch hier bei Select ich gehe jetzt mal auf einen Frame mit einem Keyframe also hier bin ich jetzt direkt bei Frame 75 wird ja auch hier angezeigt jetzt können Sie hier von dem aktiven Keyframe ausgewählt wird und dieses Select Column und Current Frame das wählt eben alle Keyframes aus die sich auf dem gleichen Frame befinden also das wären alle die hier so dass Sie die jetzt auch mit GX hier in der Zeit verschieben können diese Objekt Animation die wir den Lektionen kennengelernt haben die kann man natürlich nicht nur auf Mesh Objekte anwenden die kann man auch auf alle anderen Objekte anwenden also zum Beispiel auch auf die Kamera wenn Sie hier also eine Kamera Animation haben wollen dann können Sie ganz einfach die Kamera auswählen und dann einen Keyframe vergeben also Kamera auswählen I für Insert Keyframe Location und Rotation auf Frame 1 und dann mit 0 durch die Kamera durchgucken und jetzt mit RZ die Kamera hier so ausrichten und dann einen Keyframe vergeben also I Insert Keyframe und wenn ich jetzt hier mal den Side Cursor verschiebe dann haben wir jetzt hier also diese Animation und weil hier bei Frame 50 dieser Würfel nicht wirklich schön in meinem Blickfeld ist würde ich jetzt hier bei Frame 50 die Kamera neu ausrichten und nochmal neu einen Keyframe vergeben und kann jetzt also hier wieder mit diesem Shortcut I dieses Menü aufrufen aber da ich ja für die Kamera in der Regel immer Location und Rotation keyen will gibt es auch einen Weg dass man nicht immer dieses Menü aufrufen muss sondern einfach nur I drückt für diesen Keyframe und zwar ist das die Arbeit mit den sogenannten Keying Sets und die finden Sie auch in der Timeline und zwar hier hier sehen Sie diesen kleinen Schlüsselbund und wenn Sie hier mal reinklicken dann können Sie auswählen welche Kanäle standardmäßig gekeyt werden also zum Beispiel kann man hier einstellen dass wenn ich auf I drücke möchte ich immer automatisch Location und Rotation keyen also kann ich das jetzt hier auswählen dieses Keying Set ist aktiv so dass wenn ich jetzt I wurden sechs Keyframes erstellt und zwar für Location und Rotation also ich musste gar nicht auswählen was hier gekeyt wird insofern ist es ganz praktisch weil man einfach schneller diese Keyframes vergeben kann also könnte ich jetzt hier nochmal sagen G und dann RZ hier die Kamera ausgerichtet drücke jetzt nochmal I und habe damit jetzt diese Keyframes hier erstellt aber man kann das Ganze noch weiter beschleunigen und zwar wenn man jetzt weiß immer wenn ich die Kamera bewege dann möchte ich auch ein Keyframe haben dann kann man auch diese Position automatisch keyen lassen und zwar indem ich hier auf diesen roten Aufnahmeknopf drauf klicke und wenn ich das tue dann ist Blender jetzt also in dem Aufnahmemodus und alles was ich jetzt tue also alle Bewegungen die ich jetzt ausführe Keyframe entsteht denn ich möchte nur bestimmte Kanäle keyen denn normalerweise wenn man das eingeschaltet hat dann wird Location Rotation und Scale gekeyt und da ich die Skalierung von der Kamera ja nicht animieren möchte brauche ich dafür auch keine Keyframes und deswegen kann ich jetzt hier auch diesen Aufnahmeknopf etwas modifizieren nämlich insofern dass er auch dieses Keying Set verwendet das ist wenn ich diesen Button noch einschalte und ich die Kamera bewege und rotiere dann wird bei jeder Bewegung und bei jeder Rotation entsprechend ein Keyframe erstellt sodass wir jetzt hier also einen Keyframe haben und wenn ich mal hier rüber gehe und jetzt mit GX die Kamera etwas nach hinten bewege dann entsteht bei Drücken der linken Maustaste oder bei Enter jetzt automatisch ein Keyframe und das ist natürlich aufrufen zu müssen oder I drücken zu müssen aber auch hier muss man etwas aufpassen dass man nicht vergisst diesen Aufnahmeknopf gegebenenfalls wieder auszuschalten denn wenn ich jetzt nicht mehr die Kamera animieren will sondern sagen wir mal ich bin jetzt hiermit fertig und möchte jetzt einfach nur noch die Licht Situation einstellen also könnte ich jetzt hier hingehen sagen also die Lampe die hätte ich gerne woanders bewege die hier runter und rendere das stelle fest das gefällt mir nicht hab zwischendrin vielleicht mal alt a gedrückt und bin jetzt hier und drücke jetzt nochmal G um die Lampe zu bewegen setze die hier ab und rendere das und wenn man später dann die Animation rendert dann wird man feststellen dass die Beleuchtung sich verändert denn hier haben wir jetzt jeweils einen Keyframe vergeben weil ich eben vergessen hatte diesen Aufnahmeknopf auszustellen so das heißt wir haben jetzt so ungewünschte Animationsdaten und die müsste ich jetzt irgendwie löschen das heißt ich kann entweder hier in den Object Properties die Location bei dem jeweiligen Keyframe diesen Keyframe löschen aber das ist natürlich etwas mühsam deswegen gibt es noch einen schnelleren Weg also kann hier jetzt nochmal das Window splitten und gehe zu Dope Sheet und kann jetzt entweder hier die einzelnen Keyframes auswählen von der Lampe und diese zu dieser Lamp Action so damit ist die Lampe jetzt nicht mehr animiert und bleibt da wo sie ist also hier muss man immer aufpassen dass man den Aufnahmeknopf gegebenenfalls wieder ausschaltet damit es hier nicht zu ungewollten Animationen kommt und eine ganz typische Art der Kamera Animation ist es um ein Objekt herum zu rotieren und das lässt sich mit den Keyframes relativ schwer realisieren ich möchte Ihnen das mal kurz zeigen also wenn wir jetzt hier die Kamera haben dann bewegt die sich jetzt hier so von A nach B mit ein paar Ecken drin und diese Keyframes hier dazwischen die möchte ich mal kurz löschen also hier im Dope Sheet werden diese also gelöscht also X Delete Keyframes haben jetzt also wieder die Bewegung von A nach B und für eine Kreisbewegung ja müsste man ja eigentlich nur hier in der Mitte die Kamera etwas nach hinten bewegen und da einen Keyframe setzen und das sieht schon ganz gut aus aber wenn ich mal durch gucke dann sehen sie dass es nicht wirklich eine Kreisbewegung ist also das ist zwar rund aber wie ein Kreis sieht das Ganze nicht aus und das ist eben deswegen schwierig weil diese Keyframes zwischen zwei oder drei Punkten interpolieren und diesen Weg den kann man sich mal kurz anzeigen lassen und zwar gibt es hierfür in den Object Tools einen Button hierbei Motion Path Calculate Path also Pfad berechnen und jetzt wird Ihnen hier direkt angezeigt wie sich die Kamera bewegt und wo die an welchem Frame genau ist diesen Button den finden sie auch in den Object Eigenschaften hier ganz unten gibt es auch dieses Panel Motion Path und hier können Sie einstellen wie genau wie lange und wie viele Frames berechnet werden und dann hier mit diesem Button das berechnen also Sie können jetzt hier sehen das ist keine wirkliche Kreisbewegung also wie machen wir das eine Idee wäre natürlich dass man die Kamera um den 3D Cursor einfach rotieren lässt also ich lösche jetzt erstmal alle diese Keyframes und könnte jetzt natürlich das lösche ich auch mal könnte jetzt natürlich bei Frame 1 die Kamera auswählen hier den Pivot Modus ändern von Medien Punkt zu 3D Cursor und wenn der 3D Cursor hier in der Mitte ist dann kann ich jetzt natürlich mit RZ die Kamera hier rum rotieren lassen und das ist eine wunderschöne Kreisbewegung und das kann man sogar aus der Kameraperspektive machen deswegen drücke ich jetzt mal 0 dann nochmal RZ und Sie sehen das ist eine wunderbare Kreisbewegung die man jetzt hier schön verwenden kann um die Kamera auszurichten das kann man natürlich auch in dem lokalen Modus machen also wenn ich jetzt drücke R XX dann sehen Sie jetzt sogar hier im Viewport die Achse um die jetzt gekippt wird also hier kann man auch die Kamera so ausrichten das heißt das können wir jetzt also wahrscheinlich verwenden deswegen drücke ich jetzt mal I Insert Keyframe für Location und Rotation und brauche doch jetzt nichts anderes zu machen als wieder zu Frame 100 zu gehen mit RZ hier zu rotieren und dann I Keyframe für Location und Rotation und das müsste uns doch jetzt eine Kreisbewegung geben aber weit gefehlt das sieht also alles andere als eine Kreisbewegung aus also wenn man sich das nochmal anschaut die Pfade dann sehen sie es ist also wirklich eine Gerade entstanden das liegt natürlich daran dass die Bewegung die wir hier beim Rotieren erzeugt haben da wird ja nicht die gesamte Bewegung gekieht sondern wir haben eben nur einen Keyframe an diesen beiden Frames für die Position das heißt wenn jetzt hier ein Frame für diese Position vergeben wurde und ich jetzt mit RZ um die Z-Achse rotiere und ich dann hier einen Keyframe setze dann wird der natürlich nur da erzeugt und alles hier dazwischen das wird nicht gekieht um also mit dieser Methode einen perfekten Kreis zu erzeugen müssen sie im Grunde für jeden Frame hier für jede Position einen Keyframe setzen und das ist natürlich nicht wirklich effizient und deswegen möchte ich Ihnen im Folgenden die Methode vorstellen wie Sie solche Kreisbewegungen erzeugen können und das ist mit dem sogenannten Parenting und das haben wir schon kennengelernt ganz am Anfang deswegen für diese Animation dieser Kreisbewegung will ich jetzt erstmal diese ganzen Keyframes löschen zwar nicht nur die Keyframes sondern gleich die ganze Action die braucht man nämlich nicht mehr also wird hier dieser Link gelöscht und dann natürlich auch noch diese Pfade jetzt diese Kreisbewegung um diesen Würfel herum also wir brauchen irgendein Objekt mit dem wir diese Bewegung erzeugen können und dann könnte man natürlich die Kamera an den Würfel parenten aber der Würfel soll ja statisch bleiben und deswegen verwenden wir ein Hilfsobjekt und dieses Hilfsobjekt ist das sogenannte Empty also ich drücke jetzt nochmal Shift A und der Cursor liegt ja hier in der Mitte also da soll runter und verwende ein Empty und dieses Empty das kann man jetzt mal im Wireframe Modus anschauen dieses Empty besteht nur aus einem Punkt man sieht hier jetzt zwar diese Achse aber wenn ich mir mal die Object Data von dem Empty anschaue auch die gibt es hier dann ist da gar nicht viel drin sondern nur eine Art wie dieses Empty dargestellt wird das Empty hat auch keinen Edit Skaliert und Rotiert werden und alles aber hat eben keine wirkliche Object Data also das was ich hier einstellen kann ist die Darstellungsgröße und die Darstellungsart da gibt es hier verschiedene Varianten hat aber keinen Einfluss darauf was dieses Empty tut nämlich das Einzige was das Empty tun soll ist diesen Rotationspunkt zu erzeugen so dass wir jetzt die Kamera nehmen und an dieses Empty dran parenten und da wir ja wissen geparented wird immer an das zuletzt ausgewählte also aktive Objekt wähle ich also erst die Kamera aus und dann mit gehaltener Umschalttaste und der rechten Maustaste jetzt hier das Empty und drücke jetzt STRG-P Set Parent to Object und diese Verbindung wird hier auch angezeigt mit dieser geriffelten Linie und wenn ich jetzt nur mal das Empty auswähle und rotiere dann haben wir jetzt also diese Kreisbewegung und diese Rotation von dem Empty die kann man natürlich jetzt keien und in dem Fall soll nur die Rotation gekeyt werden die Position ist dabei gar nicht so wichtig deswegen lösche ich jetzt mal dieses Keying Set und erzeuge jetzt einen Keyframe für die Rotation drücke jetzt also I und dann soll nur die Rotation gekeyt werden also Key Rotation und wenn ich jetzt mal zu Frame 100 gehe und dieses Empty drehe und zwar um die Z Achse also RZ dann sehen sie wie hier die Kamera dieser Rotation folgt durch dieses Parenting so dass ich jetzt wenn ich das abspiele und durch die Kamera durch gucke dann haben wir jetzt also diese perfekte Kreisbewegung und zwar alles nur indem wir dieses eine Empty gedreht haben Nun wenn die Kamera hier um 360 Grad gedreht werden soll dann könnte ich hier zu Frame 200 gehen und das Empty einfach noch weiter drehen also so ungefähr bis hier hin das nochmal absetzen also Keyframe für die Rotation und wenn ich hier jetzt mal abspiele dann sieht das also schon ganz gut aus das Problem hier ist dass durch diese Interpolation das keine konstante Kreisbewegung ist sondern die Geschwindigkeit ändert sich also es geht hier etwas langsamer los wird dann schneller hat dann eine kleine Geschwindigkeitsänderung und wird dann wieder langsamer und das liegt eben an dieser Interpolation und wenn ich jetzt mal dieses Fenster teile und hier den Graph Editor erzeuge dann sieht man ja auch diese Animations Kurve also ich gehe mal Fullscreen Shift Leertaste und dann mit Steuerung und mittler Maustaste zoome ich hier mal raus mache das Ganze also etwas schmaler und hier sehen sie jetzt diese Animations Kurve und im Grunde bräuchte man diesen Keyframe zwischen diesen beiden Keyframes nicht mehr der erzeugt ja hier nur diesen Absatz das heißt ich kann jetzt diesen Keyframe löschen und habe jetzt hier eine Kurve wiederum zwischen dem Punkt und dem aber auch hier sehen sie jetzt wie hier durch und so weiter und hier kann man jetzt einen Trick verwenden wenn es nur darum geht eine konstante Drehung zu erzeugen und zwar gehe ich hier nochmal in den Vollbild Modus Shift Leertaste und will mir jetzt die Eigenschaften von dieser Kurve und von diesen Kurvenpunkten anschauen drücke dafür N also diese Sidebar die kennen wir ja auch vom 3D Viewport nur dass hier natürlich andere Sachen drin sind ob der Cursor angezeigt wird oder nicht oder wie die Farbe von dieser Z Achse ist also das kann man einstellen aber auch das brauchen wir jetzt nicht deswegen klappe ich das ein dann kann man hier den Keyframe einstellen also zum Beispiel an welcher Position und an welcher Höhe befindet sich dieser Keyframe jetzt könnte ich hier für diesen Wert auch minus 360 einstellen und das bewegt jetzt den Keyframe hier nach unten das wäre jetzt also eine volle Drehung 360 Grad und jetzt wähle ich mal alles aus also A und drücke auf T um jetzt hier eine lineare Interpolation zu erzeugen und habe jetzt hier ohne diese Geschwindigkeitsveränderung diese konstante Drehung allerdings hört diese Drehung dann auch irgendwann auf also nach 360 Grad stoppt die Kamera und jetzt kann es sein dass man und dafür gibt es jetzt eine ganz interessante Methode und diese Methode besteht darin dass man nur einen einzigen Keyframe erzeugt sodass man hier einen Kanal zur Verfügung hat nämlich den Z Kanal und die X Achse und die Y Achse die kann man hier auch löschen mit X und will also nur eine Rotation um die Z Achse haben jetzt ändere ich für diese Z Achse und der Trick besteht jetzt darin dass man auch diesen Kurven einen Modifier zuweisen kann also ich gehe hier nochmal Fullscreen und Sie sehen jetzt dass ich hier in dieser Seitenleiste ein Panel habe namens Modifiers ganz so wie wir das bei den Objekten auch haben und kann jetzt hier einen Modifier erzeugen und kann hier auswählen aus verschiedenen Optionen und zum Beispiel gibt es hier den Generator also dieser Generator der generiert eine Kurve beziehungsweise eine Gerade sollte ich mir sagen also ich wähle jetzt mal Generator aus und hier nochmal mit STRG mittlere Maustaste kann ich hier mal die Ansicht hier etwas verändern und ohne dass ich hier jetzt irgendwelche Keyframes habe entsteht hier diese gerade Linie so wie kann man jetzt diese gerade Linie steuern und was tut diese gerade Linie also diese Kurve die geht von einem bestimmten Wert an einen bestimmten Zeitpunkt hier nach oben und natürlich haben wir dadurch eine Wertveränderung das heißt wenn ich jetzt Alt A drücke dann haben wir eine sehr schnelle Rotation und diese Rotation hört auch nicht auf die geht also unendlich weiter weil es hier eine unendlich ansteigende Gerade ist die hier bei fortschreitender Zeit dann auch den Wert immer weiter erhöht so und wie kann man das jetzt kontrollieren das kann man tun indem man in diesem Modifiers Panel die Eigenschaften von diesem Generator verändert und dieser Generator Modifier der verwendet eine bestimmte Formel und diese Formel sehen Sie hier und zwar wird hier definiert dass für einen bestimmten y Wert der hier 0 ist ein bestimmter x Wert hinzu addiert wird das heißt wenn hier der Wert Wert hat dann wird zu diesem Wert 1 hinzu addiert so dass ich jetzt hier die Geschwindigkeit verändern kann indem ich den Wert ändere zum Beispiel auf 0,1 und ich damit einen sehr viel flacheren Anstieg der Kurve habe und wenn ich nochmal Alt A drücke dann haben wir jetzt eine viel langsamere Bewegung sodass man jetzt hier ganz einfach durch Ändern von dieser einen Zahl die Geschwindigkeit einstellen kann und je flacher die Kurve desto langsamer ist natürlich auch die Geschwindigkeit also so kann man hier mit diesen Modifiern von den Kurven die Geschwindigkeit und die Bewegung beeinflussen man könnte zum Beispiel auch noch einen zweiten Modifier erzeugen also nach diesem Generator erzeuge ich jetzt einen zweiten Modifier nämlich zum Beispiel den Noise Modifier und dieser Noise Modifier der erzeugt hier einen Noise also einen Zufallswert und den kann ich hier auch mit diesen Eigenschaften einstellen sodass hier dieser Würfel dadurch diese Kurve jetzt hier so gezackt verläuft mal vor mal zurück geht und das Ganze also eine sehr ungleichmäßige Bewegung ist also hier kann man da sehr schnell und einfach bestimmte Effekte erzeugen und diese kann man natürlich auch wieder einstellen und ausstellen sodass wir jetzt also einfach nur eine Kamera haben die hier hin und her wackelt und wenn ich den Effekt von dem Generator wieder hinzunehme dann haben wir wieder diese fortschreitende Drehung so so neu ist wieder weg also mittels dieses Empties und diesem Generator haben wir jetzt also einen sogenannten Turntable also wie so ein Drehteller der sich dreht beziehungsweise ist es ja so die Szene bleibt ja statisch nur die Kamera dreht sich jetzt hier um unser Objekt herum in diesem Beispiel habe ich hier einen Würfel der hier animiert ist und sich so durch den Raum bewegt und ich möchte jetzt dass die Kamera immer auf diesen Würfel fokussiert das heißt ich müsste jetzt die Kamera irgendwie so animieren dass sie immer auf diesen Würfel weist und es kann besonders schwierig sein wenn sie die Kamera gleichzeitig noch bewegen soll also wenn bei Frame 1 die Kamera hier sein soll und ich setze mal einen Keyframe und bei Frame wo sind wir denn bei Frame 80 zum Beispiel hier sein soll so also hier fokussiert sie ja sehr schön auf diesen Würfel und es kann jetzt aber relativ mühsam werden wenn wir jetzt diese Animation so gestalten wollen dass die Kamera immer auf diesen Würfel fokussiert das heißt jetzt müsste man die Kamera einmal drehen X und Sie sehen ich habe eingeschaltet deswegen geht das automatisch also bei Frame 20 müsste ich jetzt die Kamera wieder drehen und hätte hier also eine ganze Menge zu tun einfach nur damit die Kamera hier auf diesen Würfel fokussiert und sobald ich jetzt die Animation von dem Würfel ändern würde müsste ich auch die Kamera Animation ändern also das ist hier sehr mühsam und es gibt Animation von der Kamera wieder löschen beziehungsweise hier diesen einen Keyframe denn was wir hier jetzt verwenden können sind die sogenannten Constraints und diese Constraints das sind wie so logische Verkettungen zwischen Objekten und wenn ich mal hier in dem Eigenschaftenfenster schaue dann gibt es hier dieses Verkettungssymbol und dieses Verkettungssymbol das sind die Object Constraints also diese Constraints können ganz unterschiedliche Dinge machen und was wir wollen in diesem Fall ist ein Track Constraint also Track heißt dass die Kamera immer auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet ist da gibt es jetzt verschiedene Varianten und ich möchte einfach mal den einfachsten von diesen Tracks verwenden und der einfachste ist der Damped Track also der gedämpfte abgefederte Track und Sie sehen dass wenn ich den anwende dann habe ich hier erst mal ein das heißt man muss diesem Constraint noch eine Information geben nämlich das Ziel das Target also auf welches Objekt soll die Kamera ausgerichtet sein und das kann ich hier jetzt auswählen und dieses Objekt soll natürlich der Würfel sein so jetzt habe ich hier drauf geklickt und es passiert was ganz komisches nämlich die Kamera guckt überhaupt nicht auf diesen Kubus sondern ganz woanders hin und das liegt daran Standardwert ist hier der Y Wert also die Y Achse und wenn wir uns das mal anschauen mit dem lokalen Orientation Widget dann sehen sie dass jetzt hier die Y Achse von der Kamera auf diesen Würfel weist und was wir aber wollen ist dass die Z Achse und zwar die negative Z Achse auf dieses Objekt weist deswegen kann wir jetzt dieses Ziel ändern von Y auf minus Z und wenn ich jetzt mal 0 drücke und Alt A dann dreht sich jetzt diese Kamera also immer so mit dass sie immer auf diesen Würfel ausgerichtet ist und zwar trotz ihrer Animation das kann man auch mal in der Quad View anschauen also Shift Spacebar Steuerung Alt Q und hier haben wir die Kamera Ansicht und hier die drei autografischen Ansichten also trotz der Animation von A nach B folgt die Kamera jetzt immer dieser Rotation und bleibt immer auf den Würfel ausgerichtet Jetzt gibt es noch ganz unterschiedliche Constraints zum Beispiel Copy Location und Copy Rotation werden auch häufig verwendet später lernen wir noch den Camera Solver und Follow Track Constraint kennen aber in diesem Fall für die Kamera Animation reicht also dieser Damped Track aus und diese Constraints die werden wir noch kennenlernen beim Character Rigging und das wird auch das nächste Kapitel sein deswegen schließe ich jetzt mal das Kapitel einfache Animationen ab und im nächsten Kapitel sehen Sie dann wie Sie auch einen Character der sich deformiert animieren können